Eigentlich ne Woche jetzt, genau, ziemlich Also pass' C Hm? Mann, du scheiße links AKPK Hä? Sag mal! What the fuck? Sauber Donnie! Stop! Will aussteigen Oh, das will ein Kann ich anhalten! Ist tot! Scheiße! Oh, Idiot! Aussteig! 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 Ich komm nicht raus! Ich komm nicht raus! Ich komm nicht raus! Ich bin tot! Ja, ja Tronnie! Hör doch mal raus! Donny, man zündet ja auch ein Turbo und er ist nicht erstattet. Ja, verbinde dich, Mann. Ist doch nix. Esche? Hast du ein Wort nix? Nein, ich seh ihn. Was? Ich hab ihn. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich seh keinen Zombiespun und oben sehe auch keine Bewegung im ersten Stock. Oder war das der Martin davor? Die Baracke ist nicht begehbar. Ja. Vor mir spawnt einer. Wirklich, vor mir spawnt einer. Scheiße. Ja, ja. Ja, ich geh mich richtig zu dir bei. Wo war der denn? Na fix, lebt der immer noch. Dann bleib ich. Ja, das war aber schon nett, dass die anderen uns das Fahrzeug geschenkt haben. Ja, ist ja schlecht. Und zusätzlich noch Skier natürlich. Ihr könnt schon mal den Humvee ausleeren, also so die ganzen Sachen. Pass, pass. Der ist draußen. Baller, baller, baller. Wo ist er denn? D-Sync. Der hat ja D-Sync. D-Sync wie Sau. Schau mal raus. Ja, mit dem mal an. Du musst nicht schnappen, oder? Ja, ja. Sorry, wir fahren. Der Auto wahrscheinlich ist er, äh, disabled. Davor liegt er, liegt neben ein Fahrzeug. Ja, fix diese scheiß Zombies. Jawoll, 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 jawoll. Also der, das eine Christspalteuter, der hat nichts gehabt. Ja. Ja.